hallo und willkommen zurück bei seven days to die let's play together mit der tibra grüß euch wir sind knapp vor der blutnacht ja wir haben schön aufgerüstet ein bisschen beleuchtet es ist immer noch zu wenig ja ja viel zu wenig mal schauen ja genau im süden befinden mich im norden dann schauen wir mal schon mal was abgeht kommen gleich also ich die befürchtung du hast du es genau ist gut was jetzt wo ich mitten im freien stehen ja was tust du das kommt oh ja die sind herringen oder kacke aber die fahren im norden jod ua oh gott und kacke oder kacke oder kacke das überleben ich habe keine munition drin und ich komme nicht weg scheiße lech ich habe die leere pistole in der hand nein wie kann man das übersehen das ist aber ist er im gebäude naja oben er ist bei dem garagentor ok dann werde ich nach vor ich bin ja so schusselig das gebäude ist glaube ich viel zu groß für die hortenzombies wo ist er ja sowieso schon unsere angst ich sehe ihn vielleicht ist er wieder runter ja das wäre lebenswert ich gehe da aber nicht raus du musst ja auch nicht raus ich komme schon ok ich höre sie da ach so das wird bei dir sein so ich bin da ok ich nehme da das brauche ich ok so dann richten wir sie da schnell ich bleib probieren 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 wenn da was mach ich so eine kacke mhm ach wie kann man das übersehen jetzt habe ich da schon wieder diese was dann so die rote war die rote war vielleicht ist nicht geladen ok wo sind sie da vorne kriecht einer ah da vorne was klirrt denn da 2 ach ach du ach der wird da rüben ach ja oh genau das war der bist du infiziert oder irgendwas blut du hast Ich habe aber Antibiotika, das ist kein Thema. Also, jetzt wissen wir, zu groß bauen ist auch nichts. Na gut, dass sie gebaut haben wir ja das Gebäude wieder nicht bauen. Aber ich glaube, die nächste Horde werden wir drüben wieder im Trainer. Wieder drüben entgegennehmen, ja. Oder überhaupt was anderes. Am Seitengang sind sie auch, ganz seitlich. So, warten wir mal. Im Osten. Ah ja, das ist ja. Oh, das sind die ganzen Ferraris. Die Ferraris, soll ich die drüben? Ah ja, da habe ich zuerst die Jagd gekriegt. Jetzt bevor, kurz am Abend vorher, bevor ich es auch verzaumt habe, auf der Seite immer teilweise beschädigt, hatten wir eine Kreischerei. Das ist eine, drei. Und eine totale Eskalation, wir haben dann auch in den Reiten einmal zurückstellen müssen. Da müssen wir das halbwegs rechnen, soweit wir halt noch Material gehabt haben. Kommt doch hierher. Und da das nicht gereicht hat, haben wir dann dazwischen noch einmal Farben-Sessionen. So, irgendwo hier, ich sehe. Ich sehe sie auch, wo sie ist. Ich sehe sie auch, wo sie ist. Ich brauche aber nicht. Was ist hier, wo ist los? Erwischen durch sie. Wir sind wirklich rundherum. Bist du hinten oder bist du? Südseite. Ja, da ist man näher dran. Oh, du bist hier. Bähnchen habe ich auch keine gesehen. Nächste Horror-Meldung. Der Tipo. Ja. Stimmt, ja. Sind aber garantiert welche. Ich würde mich wundern. Ich schaue denen da zielen ruhig zu und warte eigentlich, dass die durch den Zaun kommen, weil da steht jede Menge und... Ja, tut sich nichts. Oh, da ist der Scheinwerfer nicht aufgedreht. Wo denn? Oh, doch. Ach ja, da ist sie endlich wieder. Ja, drinnen. Da knapp daneben. Irgendwie tut sich nichts. Dort ist ein Kriecher. Da vorne kriechen sie auch durch die Gegend, aber das war es dann schon. Drüben ist ruhig, es waren nur ein, zwei Einzelne auf der Südseite. Okay. Gut, im Osten. Im Westen tut sie in Mungen dann gar nichts. Ach, da ist wieder einer. Ja. Hm. Weike ich bin oder geh mal runter. Sack. Dann muss ich gerade die Füße weg. Ja, wir können schon. Ja, wir können schon. Okay, da kommt was auf uns zu. Wie, die geht aber weiter. Was unrealistisch. Aber das ist auch aus den Rücken, sodass die Banken ganz total immer sind. Ah, da ist eine. Die läuft rechts von dir. Die kommt auf dich zu. Ja, ich sehe sie. Ach so, du stehst du nicht. Okay. Das ist erlebt. Okay. Ach, da steht eine auf. Sag mal. Da kommt schon wieder einer mit Schub zum Zug. Okay. 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 Ja, da hängt was rum. Ist dieser ein Brennender? Mhm. Ok, oder? Und ich glaube, da muss der irgendeine Korridor durch. Mhm. Ach, da brennt schon. Ah, geh weg, du. Der Feind doch immer erknistert. Ausverknistert. Ausverknistert. Okay, es scheint sich ja wirklich, ob das hier zu... Uh-oh. In der Ostseite kommen wir jetzt an Feral, jetzt sollten wir rein. Okay, hast du schon überredet. Bin schon, äh, safe. Ja, da hat sich schon einer durchgekrabbelt. Oh, komm durch. Dann ist das Wallen schöner. Oh, was ist das, Babys? Ich mag das nicht, wenn ich sie nicht sehe. Das ist so ein ekehaftes Geräusch. Gut, ähm... Ja, dadurch, dass nicht alles fertig aufgebaut wird, funktioniert natürlich, funktionieren unsere Gänge da dazwischen, sonst hätten wir sie immer von einem so einen Teil ins nächste zurückgezogen, praktisch. Ja, lauf weiter, lauf weiter, komm rauf. Komm rauf und rein. Ja, zuschauen ist schön. Gott, wie kraut vor den Reparativen. Ja, die sind kacke. Ah, bis jetzt war noch keiner Herr Pei auf den Geklotzbergs. Ah, jetzt kommen sie von der Ostseite gleich auch rein. Zack. Schon sind die Peinchen weg. Äh, vom Norden kommen sie jetzt direkt durch. Ja, und... Und rein. Und rein. Und der nächste. So, und wer hat sie da unten? Ich sehe noch keine Bühne, gut. Ja, Gott sei Dank. Ja, die Bühne sind natürlich... Na ja, nach der Zone kann ich nicht das Bühnen, sondern... Auf jeden Fall denke ich mal, dass sie viele Geschenke haben. Nur die Spadies... Wo die sind, habe ich keine Ahnung. Jaaa... Ist schon mal ein Dach. Mmh, toll. Der nächste kommt... Ich schießt doch gar nicht, das erledigt sich. So, komm, und runter. So, komm, und runter. So, komm. Wie lange mehr. Nein. Ja, ich schießt doch. Ja, ich schießt doch. Ne, ich schießt doch... Ich schießt doch gar nicht. Ich schießt doch... Ah, der liegt aber schon. Der ist auch schon erledigt. Ich würd nur sagen, ich werd dann gleich mit dem Inventar entleeren gehen. Gleich ist... Empty. Das locken sich nicht mehr. Lauf, 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 lauf. Ich hab das Locken erledigt. Genau. Da kommen gleich noch Feral. Ja, also Feral gehen wir überhaupt ab. Aber die waren glaube ich alle auf der Ostseite. Also eine ganze Gruppe gestanden. Ja, Tickereien. Sagen wir, sie sind vielleicht unter Umwelche, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, danke. Gönne, ich zuschauen. Ja, trotzdem hab ich mich dabei. Dann nirgends zu schauen. Trotzdem hab ich auch nichts dabei. Hm. Ja, trotzdem hab ich mich dabei. So, ich habe noch ein Schuss gescheit. Ja, dann. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Ich schaue euch mal. Ja. Ok, dann bekommt man noch ein Dicker. Ich nehme mal, dass wir da hören sollen. Ich glaube, wir machen uns noch die Aptik, oder? Ok. Ok. Da könnte ich eigentlich rauskommen. Könnte ich die machen. Wie viel Munition hast du noch? Und ich jetzt dann? Ja. 53 und 200 Holz. Ok, na dann. Dann. Ok, dann. Oh, Klaue. Mmh. Oh, Klaue. Ah. Oh, Klaue. So. Okay. Achtung, einer ist hier oben. Okay. Die 6. Oh, ich glaube, ich bin da hinterher. Das ist ein bisschen, ja. Das wird dann. So, ich bin da schon. Super. Bist du, oder? Hallo, was hältst du hier denn aus? Scheiße, ruhig. Mist, Kerle. Oh, der ist auch leer. Dürft das wahr sein. Aber da. Okay, hier vorne ist mal Ruhe. Ich komme zu dir, ne? Ich werfe meine Heldepontage hin. Ich stehe noch immer unter Drogen. Die plus Kampfen Drogen. Genau. So, wo sind wir denn noch? Hier ist es ruhig. Oh Gott. Okay, dann würde ich mal sagen, wir sind fertig mit der Zeit. Auf jeden Fall. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet es wieder ein bei 7DS.3. Let's play together mit der Tibra und dem Anduin. Und bis dahin, happy gaming und viel Spaß in der Blutnacht. Ciao. 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 Vielen Dank.